Daniel Schewe beginnt seinen Arbeitstag mit der Englisch-Vokabelseite seines Reiseführers, denn er will sich im Ausland besser verständigen können. Der Kraftfahrer aus dem Ruhrgebiet ist mit Bauzäunen auf dem Weg nach Israel. Heute ist Feiertag in Griechenland und Daniel ist sich nicht sicher, ob er fahren darf. Ich kann bis 3 Uhr fahren, von 4 Uhr nach 10 Uhr. Perfekt. Ich gehe in Israel. Israel? Ja. Mit dem Boot? Mit dem Boot, ja. Nice. Ist es nicht besser, wenn ich in die Türkei gehe? Oh nein, dann muss ich nach Syrien. So? Oh nein. Es ist ein freer Land. Ja. Das ist nicht so schön. Das Problem ist politisch. Die Menschen sind sehr nett, sehr nett. Sie haben nichts damit zu tun. Selbst wenn Daniel wollte, könnte er den Landweg nach Israel über Syrien nur bedingt befahren. Große Teile der Strecke sind seit Beginn des Krieges gesperrt. Dass sich Menschen aufgrund von Religionszugehörigkeiten bekämpfen, ist für Daniel unbegreiflich. Einer ist Christ, einer ist Moslem, einer ist Hindu, einer ist orthodox und der andere glaubt an Trolle. Tren soll er dran glauben. Ist völlig in Ordnung. Hat meinen Segen. Alles gut. Ich glaube an mein Gott und das war's. Ende der Diskussion. Und wenn einer nicht glaubt, ist es genauso in Ordnung. Dafür bestrafe ich ihn nicht und verachte ihn nicht und behandle ihn genauso wie jeden anderen aus. Ende. Friede. Nach sechs Tagen Fahrt und über 3200 Kilometern durch Deutschland, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Griechenland, kommt Daniel in Lavorio an. Hier geht sein Lkw morgen auf die Fähre nach Haifa. Daniel fliegt nach Israel. Er ist ja voll platt hier drauf geflogen, der Kollege. Ja, jetzt hinter sich. Armes Vieh. Ja, sechs Länder und allen Tieren gesammelt. Aber das hat er gut gemacht. Daniel verbringt seinen Feierabend an der Küste des Ägäischen Meeres. Der nächste Morgen am Hafen startet dann mit einer bösen Überraschung. Einer von Daniels Trailer-Achsenreifen weist extreme Hitzeschäden auf. Die sind so freundlich, haben einen Reifenhändler hier in Lavorio angerufen. Der kommt wahrscheinlich gleich hier hin und wechselt den Reifen hier vor Ort. Das ist schon mal super, weil ich hab so ein bisschen Angst, dass der auf der Fähre dann platt ist und ich in Israel mit dem platten Reifen stehe. Deswegen mach ich den Reifen jetzt direkt hier vor Ort. In spätestens zwei Stunden muss Daniel seinen Lkw auf die viertägige Schiffsreise nach Israel schicken. Die Fähre fährt nur einmal pro Woche. Doch bereits eine halbe Stunde später taucht der Reifenservice auf. Er pumpt den jetzt hoch, nimmt den runter als Servicemobil. Da wechselt er den Reifen von der Felge rauf runter. Wieder auf den Lkw, festschrauben, fertig. Dauert vielleicht etwa 20 Minuten ungefähr. Der kaputte Reifen wird von der Felge abgezogen, der Neue aufgezogen und der Luftdruck auf 9 Bar erhöht. Und dann fährt Daniel seinen Scania R 500 die letzten 300 Meter in den Bauch der Fähre, bevor er sich für vier Tage von ihm verabschieden muss. Ja, dann tschüss mein Kleiner, gute Überfahrt. Tschüss bis Haifa. Rohrpott-Trucker Daniel Schewe steht ein zweistündiger Flug nach Israel bevor. Sein Lkw wird ohne ihn nach Haifa verschifft. Das passt Daniel überhaupt nicht, denn er hat Flugangst. Ich bin schon komplett durch. Kaum geschlafen heute Nacht. Mir geht so die Düse. Scheiß Fliegerei. Ich hasse es. Ey, ich hab null Bock dazu. Ich hab echt den Arsch auf Grundzeiß. Ich hab keine Lust. Ich will jetzt eigentlich nur noch, dass alles vorbei ist, dass ich drüben bin. Das ist jetzt mein Wunsch. Ich kann ja sagen, so einen Anzug hat man V8 nicht. Ich bring dich heim. Durch tausend Meilen weit. Ich bring dich heim. Bis dann zu weit. Noch so weit. Zurück nach Haus. Zurück wo Dein. Zurück nach Haus wird Daniel erstmal nicht gebracht, sondern in die Fremde. Der Trucker landet im israelischen Tel Aviv. Nachdem er sich etwas erfrischt und umgezogen hat, will Daniel seinen Mietwagen abholen. Denn sein Truck kommt erst in drei Tagen an. Wie macht's da? Okay, der ist denn auf dem Sitz gestorben. Daniel hatte sich eigentlich einen SUV ausgesucht. Bevor er losfährt, hält er die Schäden am Auto fest und bittet einen Mitarbeiter des Mietwagenverleihs, alle Beanstandungen schriftlich aufzunehmen. Das ist schon notiert hier. Der Keil ist schon. Okay. Schön, dass Sie Deutsch sprechen. Wie finden Sie gut Deutsch? Meine Familie stammt aus Deutsch. Ach so, das ist ja super. Super weiß ich nicht. Ja, für mich jetzt gerade. Das ist einfacher. Wie ist das Farben. Immerhin 35 Grad. Israel liegt im Übergangsgebiet vom Mediterranen zum Wüstenklima. Dani legt die ersten Kilometer auf dem Highway 1 Richtung Ganyafne zurück. Dort sitzt sein Kunde. Wenn man in einem neuen Land Auto fährt, ist man ein bisschen angespannt. Und hier mit dieser flach gelutschten Flunder, die ich hier gerade fahre. Mann, ey. Liegt ja hier drin, ey. Das ist gar nicht mein Auto. Ich weiß nicht, ich bin mommy. Das ist gar nicht mein Auto. Wir sehen uns auf dem Weg. Dantes Mal. Dantes Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017